Oh, was hast du denn da? Merlin, hallo mein Schatz, na komm, hol ich ihn nicht mit. Boah, ist der so groß, komm lass ihn liegen, hol mal ihn nachher wieder mit. Ne, will ich ihn nicht behalten, na komm. Na komm. Und jetzt ist es ein bisschen schwer, lass ihn liegen, wir holen ihn noch her. Mach ab, mach ab, gib mir eine, komm gib mir eine, komm komm gib mir eine, hallo, ne, du bist stur. Hm? So und jetzt? So ist fein, jawoll mein Schatz. So. So.